ja so langsam aber sicher füllte hier mein kleines aber feines action auf unserem server für diejenigen die es nicht wissen ich habe hier an ja eine extra grube nur für mich in der kann ich bauen werkeln und mich so richtig austoben frei nach herzenslaune in dieser grube entstehen auch die meisten oder werden die meisten tutorial redstone tutorials entstehen einfach deshalb dadurch dass ich sie auf dem server anteste kann ich auch sicher gehen dass sie online fähig sind weil einige sachen wie zum beispiel ein t flipflop mit pistons geht zum beispiel online nicht was im single player geht das lassen wir jetzt mal außen vor tja was mache ich nur was mache ich nur aus baue ich nur als nächstes es gibt so viel schönes zeug das man bauen könnte aber ich bin gerade so wirklich ratlos was ich als nächstes bau ach wisst ihr was ihr habt doch bestimmt die ein oder andere idee die vereine oder andere frage oder ihr braucht bei dem einen und einem projekt vielleicht hilfe schreibt mir doch einfach mal ein kommentar was für redstone tutorials oder über was ihr redstone tutorials sehen wollt soll natürlich nicht so komplizierte sachen sein wie keine ahnung der redstone taschenrechner aber gerade so einfache sachen oder so schöne sachen wie die blockierbare tür die selbstschlussanlage oder 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 ein aufzug mit falltüren ein boot auf zu was es halt alles gibt einfach mal kommentar darunter geschrieben was ihr sehen wollt oder bei was ihr hilfe braucht und wer weiß vielleicht greife ich dann auch bald eure idee auf und ihr könnt hier das video zu sehen was eure frage behandelt ja gut dann hoffe ich auf zahlreiche einsendungen zahlreiche vorschläge die mir auch helfen hier jetzt ideen zu finden die ich verfilme und dann sieht man sich beim nächsten mal